Na gut, Jimmy sieht nicht ganz so fresh aus. Steigen wir mal in die Limousine ein, ha? Ich werde die nächsten zwei Recessions aus, ohne überhaupt zu arbeiten. Und ich werde ein Sportwagen und ein Drogenhaber. Before appearing on Reality Rehab Show. Und dann werde ich meine Geschichte verkaufen und bin wirklich judgmental. Und werde ich all die Kontakten machen in den Programmen von Treatment zu werden, auch ein Produzent. Und werde ich sogar noch mehr Filme, als mein Vater macht. Weil ich nicht mehr Filme wie er. Für mich ist es einfach eine Chance. Ja, ihr seht die Streisatch-Losers? Chisel in der Movie-Bizzle. Hear that, Vinewood? You hear that, Vinewood? Hey, ich höre, und ich nicht so gut. Wir gehen zum Oriental Theater auf Vinewood Boulevard. Geh zurück hier. Und nicht zu, wie, gawk aten Celebrities von hinter der Barriere. Wir sind eigentlich, wie, properly invited. B to the I to the B. Jimmy! Read my Necro's! Entitled! E-N-T! Uh, Titled! Cause I am! Jimmy! Oh, Pop, chill. I'm done spraying this shizzle. Let's take a drink. Oh, Pop, chill. Haha. Jimmy, schau mal ein paar Sekunden. Hey, Devin, schau, ich muss sagen, über Molly, Mann. Ich bin sorry, aber ich habe es nicht getan. Ich sagte, du es zu schlafen, Slick. Es war ein Verzicht. Ich war da, aber ich hatte nichts zu tun. Natürlich, ja, hey. Du hast eine Fülle aus mir, Michael, und das ist etwas, ich nicht vergessen. Schau, Devin, ich sagte, ich bin sorry. Sorry, I feel bad for you, but you don't threaten me, cause this movie's happening, alright? So let's just calm down and try to be friends again. Oh, absolutely, Slick, forgive and forget. Namaste. Hey, we're here. Haha. Yeah. Ab auf den roten Teppich. Hi, you know, I'm really proud of you, even though you did make a pretty shitty movie. Well, thank you, Jim. Where are the girls? They're at home, you know, they'll express their pride by showing up to you later. Of course they will. And have you ever thought, maybe I shouldn't shoot sex scenes in a green screen kind of environment? Yeah, yeah, it's, uh, their thought is... Ja, unser bester Freund, shopper, wer da ist. Thanks, Antonio. Give me nice and tight. Hey, it's Laszlo on the red carpet of Meltdown. Some big stars, some beautiful dresses. We're gonna see some side food tonight. Come on. We did it! Salomon! We fucking did it! Fucking A! Fuck you, fate! I may be a lecherous old has-been, but I'm a has-been with a premiere at the Oriental Theater on Vinewood Boulevard. I'll see you in there, kid. Hey, thanks. There you go. Enjoy the picture, everyone! Mr. Richards! Mr. Richards, hi. If I could just bother you for a second. Um, I'm Laszlo from, uh, Fame or Shame. Um, but I do some acting on the side. I was wondering if, uh... Oh, yeah, of course. You should come see me, kid. I think I got a project that would be perfect for you. Oh, that's fantastic. It's called The Closet. Really modern stuff. Pervert. Come on. No, 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 no. Let's go over here. She's lying, okay? I never had surgery. Come on. Milton, Milton, hi. Sorry to bother you. Quick question. Get in here tight. Um, love, love, loved the movie. Oh, thank you so much. I appreciate it. When, when you were that polar bear and you had to eat your baby, I mean, that was... All right, Jesus Christ. That was emotional, Stika. I just have a hug. That really affected me. All right, I gotta go. Thank you so much. Excuse me. Excuse me. Come on. Come on, let's get in there. Ah, Laszlo. Oh, shit. Come on, shit, dick. Where the hell is she? Looks like she stood you up. Hey, hope I'm not too late. I wouldn't miss this for the world. Devin, the fuck are you doing here? Hey, what a movie, huh? Meltdown. Congratulations, Mikey. We did it. Hey, let's get a picture, huh? You, me, the proud producer? Such a pleasure working with you. You see? I was here. Unlike your wife. Seems to be stuck at home. Hahaha. You twisted fuck. You're a dead man. Let's go, Jim. Come on. Ja. Hold on. Where's Mom and Tracy? Jetzt... Könnt ihr euch denken, was jetzt wohl passiert? Du hast zwei Minuten Zeit, um dich für deine Familie zu opfern, du Arsch. Ja, dann würde ich sagen... Retten wir doch mal unsere Familie. Und zwar so schnell, wie wir nur können. Und jetzt wird er die Mutter und Tracy töten? Er wird nichts tun, wenn ich es sagen muss. Aber du hast seinen Begründer töten? Nein, ich habe es nicht. Es war ein Erkrank. Ich würde niemals tun, um dich in Gefahr zu bringen. Oh, Scheiße. Da sind wir ja schon. Okay. Sie werden alles gut sein. Sie sind hart. Das ist nur ein Film-Gericht, oder? Er ist kein Gangster oder was? Nein, er ist kein Gangster. Er ist einfach extrem russ. Er sagt, er hat alle diese Verbindungen. So, was nehmen wir? Die Pump-Action-Schrot oder die abgesägte? Ich nehme mal die abgesägte. Okay, Jimmy, du hältst dir selbst gescheitert. Ich gehe die Mädchen. Habe das, ein Verrücker Spaß. Was? Das ist Tracy. Wir müssen da rein, Michael. Er ist da mit unserer Mädchen. Mom, Dad. Komm, mach mal. Geh etwas. Hilf mir, Dad. Hilf mir. What? Ach komm, ich habe da Tracy gar nicht getroffen. Mann, wie unnötig. Okay, dann versuchen wir das erneut. Dann nehme ich mal die Gefechtspistole. Wir müssen da rein, Michael. Er ist da mit unserer Mädchen. Mom, Dad. Stopp. Das ist los. Nein. Baby, du bist okay? Du bist okay? Ich bin okay. Wir sind in der Zeit. Find ihn. Wacke ihn aus. Okay. Du bleibst hier. Du bleibst dich. Sei sicher, Baby. Befreie dein Haus von den Leuten von Marivetta. Ich war gerade eine Granate werfen mit der mittleren Maustaste. Granate im eigenen Haus werfen ist nicht so eine Spitzenidee. Michael. Ich kann dich gerade wieder so abkotzen, ey. Und scheiße. Und ihr fasst euch wahrscheinlich einfach nur in den Kopf und denkt euch, boah, nicht Seid. Muss er. Man. Bits. Ha ha ha. Fire in the hole. I need you to cover me asshole. Not yet. Stay put. BW. Ich weiß nicht, Mama. Ich kann nicht, Mama. Ich kann nicht einfach nur gegen die Hände. Ich darf ihn nicht nur auf dich. Auf und auf. Loser. Hände. Hände. Er hat Fernendes. Ich muss mich nur auf die Hände. Er wird für mich, was ich 10 Jahre alt. yo habe ich da jetzt gerade echt das haus halb auseinander genommen wie sehr ich mir war einfach nur hasse wie geil kann ich das haus hier noch mehr auseinander nehmen ja kommen jetzt hier noch ein paar spasten oder nicht das schaut irgendwie nicht so aus gehen wir doch mal nach oben da kommen noch welche so jetzt begib dich zu deiner familie wo kamst du jetzt her du wichser was da someone there i'm gonna start shooting ja 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 mann wie unnötig das einfach nur war also dass ich da ding tracy immer anscheinend gekillt hätte ja und jetzt geht es dann los in richtung das ganz große ding wenn ihr euch noch erinnert was die jungs da geplant hatten mit dem union depository also der der riesenbank oder was das ist ja es geht aufs ende zu vom spiel muss man so sagen bald haben wir es ich sag mal geschafft je nachdem ob man das so sehen will gut dann gehen wir mal zu tracy na ich muss die dollar felgen irgendwann da echt mal runter machen das sind voll die assi felgen irgendwie das passt nicht zum michael fahre ich einmal hier durch hallo guten tag kleine abkürzung nehmen gleich sind wir da gut gleich ist relativ ja keine ahnung ich rege mich jetzt gerade echt über den tod von tracy auf ich habe die doch nicht mal getroffen die ganzen schrot kugeln gegen schön in den kopf von dem typen rein naja egal aber ich frage mich was ich als nächstes let's playen soll habt ihr eine idee habt ein anliegen dann schreibt es doch einfach mal in die kommentare und mal schauen was sich da ergeben ergeben lässt genau was ich da so ergibt skyrim steht ja auch noch offen beziehungsweise will noch zu ende gemacht werden je nachdem sucht euch aus müssen wir auch mal schauen oder ich also eher eher weniger wenn dann ich ja so da ist tracy ab in tracy's auto ich wollte echt drüber springen aber gut schade nach tracy hat ein echt beschissenes auto kerl in dem lila caprio okay das motel gegenüber der baustelle ich bin nicht nicht Das war's für heute.